Ich muss meinen Vorgesetzten ein Lebenszeichen geben. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen. Es bestätigt sich auch so ein bisschen das, was ich schon letzte Woche sagte, wäre gesagt auf YouTube von ein paar Folgen. Das ist hier, wer ist so sneaky angelehnt bei Jake. Ich kann es, wenn man es kann. Oh, ich habe das Schadpfiffen gewertet wieder. Ah, was ist das denn? Ach du Scheiße. Klappe dazu da oben. Ah. 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 Oh. Ah. Entschuldigung! Geht's hier rein? Schlafraum Ja, die Medaille Das ist auch mal so eine Art Schlüssel Eine Tür Wir konnten was vergessen Das war der Zweite Doch Ah. Oh, yeah. Ah. Eine unsichtbare Mauer. Für mich. Spawn einfach nur die Gegner. Ein Spawnpunkt. 3. 4. Nach links weiter. Ja. Curry. Ich dachte schon wieder gar nicht auf meine Heilung. Äh, Gesundheit. Ja. Ja. Nein. Kokon. Ja. 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 Was Großes zu bauen Ganz im Ernst Ich hab nichts außer diesem Drecksraum gesehen In dem ich fest saß Ich muss wieder in den Nahkampf gehen Ah hier Schauen wir mal eine Möglichkeit nach Hause zu telefonieren Fekt Schon wieder keine Munition Leri ich helfe Oh nein Da oben ist noch einer Das ist viel noch Drei Medaillons für den Westen Und man braucht zehn Medaillons Um den Durchgang zum Osten zu öffnen So jetzt haben wir noch drei Andere Ich brauche aber noch sieben Was ist das hier für ein Komplex Und was musstest du die letzten sechs Monate ertragen Einfach alles Sie versuchten den Weg mit mir zu erforschen Das gleiche habe ich nach Raccoon City durchgemacht Und beim zweiten Mal war es genauso scheiße Scheiße Tut mir leid Die hat nämlich Regenerationsfähigkeiten Durch den G-Virus G-Virus 1998 Also das ist jetzt hier die Timeline von Resident Evil Das sind die Bescheidungsgare Liegt jetzt 15 Jahre zurück Ich bin alle zu eng beieinander Das Fenster Ich bin alle zu eng beieinander Ich bin alle zu eng beieinander Was mit dem da oben Ach schon wieder ein Klavierstück spielen Um eine Tür zu öffnen Ich bin alle zu eng beieinander 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 Ah Greg ist ein richtiger Nahkämpfer. Nee, nicht wieder so ein Ding. Ach. Was noch gefehlt ist. Nur Scharfschutz Munition. Willst du denn hin? Kommt da jetzt raus. Wieder so ein Ding. Kommt da jetzt raus. Medaille, Medaille. Nein. Doch. Wo läuft das viel noch lang? Ja. 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 Da, 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 da. alles absuchen 10 bestimmt abgezählt jetzt machen wir die andere Seite auf auch wenn wir nur 7 gebraucht haben vielleicht brauchen wir später noch welche wenn sie das Kommunikationssystem ok Hey!